Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute nehme ich euch wieder mit auf einen Ausflug. Wir machen nämlich hier in Burakai einen Topping. Wir wissen ehrlich also gar nicht, was wir uns so darunter vorstellen sollen. Wir haben die Caro am Strand getroffen, auch eine Deutsche, die schon seit ein paar Wochen auf den Philippinen ist und die kennt hier so ein paar Locals und deswegen machen wir jetzt eine Local Tour oder so. Ich lasse es uns überraschen, also keine Ahnung. Es kostet auf jeden Fall so 1000 Pesos, was so 17 oder 20 Euro so was um den Dreh sind. Und ja, wir lassen uns einfach überraschen. Es soll Buffet mit dabei sein. Wir sollen den ganzen Tag rumgefahren werden, schnorcheln können und ja, wir schauen uns das einfach mal an. Irgendwie ganz geil. Wir dachten, für 20 Euro, why not? Also entweder wir landen tatsächlich gleich so voll dem Touri-Boot, meinte Max gerade, oder so einem kleinen Fischerbötchen, der uns dann rumfährt. Also wir haben keine Ahnung. Wir gucken jetzt einfach mal los. Wir haben 38 morgens und um 39 treffen wir uns irgendwo. Das wird schon irgendwie klappen. Das wird spannend. Wir haben gerade noch Snacks geholt und gehen jetzt zur Station 3, wo wir hin müssen. Anscheinend so vier Stunden dauert es. Aber das Meer ist halt schon mal mega. Und ich freue mich voll aufs Storchland, auch wenn meine Taucherbrille nicht so gut ist. Aber vielleicht kann man auch eine ausleihen. Schon jetzt nicht die Einzigen, die hier so eine Tour buchen. Aber hier gibt es wohl relativ viel. Jetzt hoffen wir nur, dass wir jetzt nicht in so einem großen Boot sind, sondern vielleicht ein bisschen kleiner. Schauen wir mal. So, wir haben gerade unsere 1000 Pesos bezahlt und wir haben ein Banana-Boat mit dabei, was ja super lustig ist. Das wusste ich gar nicht. Dann Helmet Diving. Ich glaube, da gibt es auch Videos und Bilder sogar mit dazu. Und eben dieses Island Hopping und Snorkeling oder so. Wow, ich glaube, das wird richtig lustig. Oh Gott, ich muss so lachen. Ratet mal, welches unser Boot ist. Hello Kitty in pink. Wie passend. Ja, also ich glaube, wir sind schon in so einem vollen Puri-Boot. Da habe ich so das gemüht. Das ist jetzt auch gerade aufgefahren. Jetzt sind die Einzigen, das ist ja klar, das ist nicht. Das ist ja klar, das ist ja klar, das ist ja klar. So, als nächstes Stopp geht es zum Schnorcheln. Okay. So, jetzt sind die Einzigen, das ist ja klar, das ist ja klar. So, jetzt sind die Einzigen, das ist ja klar. So, jetzt sind die Einzigen, das ist ja klar. So, jetzt versuchen es zu. So, jetzt hat enfim. So, jetzt kommt der Einzigen, das ist ja klar. So, wir sind am nächsten Stop angekommen, mit schöner Live-Rechster, weil jetzt geht Wir sind auf dem Banane-Pro, das war ganz schön heftig, das war ganz schön heftig, das war ganz schön heftig mit dem Zau, die haben sie hier fallen runter, ich fahre, ja Oh Gott Die Bellen sind jetzt Ja, voll krass Oh, jetzt ist ein guter Drive, wir sind jetzt nicht wieder, wir sind gut, ja Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Witzig Ja Wir sind jetzt am nächsten Stop angekommen, wir kaufen mit so Helmen Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Jetzt sind wir gleich warm Ah mein Hahaha go 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 you oh mein gott das war jetzt richtig cool und wir essen gerade jetzt noch mit diesem ausblick und das war es dann auch mit dem video es geht nur noch mit unserem boot zurück auf jeden fall schön war ein richtig cooler ausflug und ihr dürft gerne daumen nach oben da lassen abonnieren und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten mal wieder